Die Riesenatmosphäre. So weit ist alles prima. Vor diesem Fußballspiel lauft nicht wir uns auch gleich am Distanzschuss. Der Torhüter wird weit ab. Der Torhüter ist der Torhüter. Und unter dem Ansatz kommt dieser Angriffsversuch. Und jetzt hat er alle Chancen. Und das 2 zu 0. Gegen das Unruhe. Die Wünsche sind los. Elfmeter. Wendelin, Willmer und Stefan Berndt. Kann er sich schon mal bereit machen? Ja da kann ich den Verteidigern ja fast keinen Vorwurf machen. Sie waren so enger Mann, aber der Stürmer war einfach noch besser. Aber das ist so enger Mann. Aber der Stürmer war ein.